Herzlich willkommen zur Schnuppen-Vorlesung der Medizinpädagogik am kommenden Donnerstag, den 10.06. ab 17 Uhr. Wir werden in dieser Veranstaltung berichten über unseren neuen Studienstandort in Stuttgart-Backnang. Jörn Eichmann und ich werden in den Diskurs miteinander gehen. Wir laden Sie herzlich ein. Die virtuelle Einladung ist Ihnen mit Sicherheit bekannt. Wir werden ein, zwei Fragen zur Medizinpädagogik sowohl zum Bachelorstudiengang als auch zum Masterstudiengang werden. Es geht natürlich auch darum, das Studium weiter vorzustellen. Aber wir binden das ganz bewusst in den weiteren Kontext ein, lieber Tobias, nämlich... Das Überthema wird sein, wie Lehr-Lern-Prozesse gelingen. Das heißt, wir werden darüber berichten, gibt es so etwas wie positive Erfahrungswerte guter Lehrer? Gibt es empirische Gütekriterien? Was macht eine gute Lehre, einen guten Unterricht aus? Wir heißen Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum kommenden Donnerstag. Das ist schon arg, aber ich glaube, mir weiß Gott, auch wir sind. Und wir haben hier eine lange B Slash-Meller. Das sind remedium, eins Som 4-0- 1989. Hier in Region für die Know Daniel households sollstattest. Vielen Dank.